ein tolles thema bei uns bei sonnenklar tv mein kollege björn kasper ist auf stipp visite und ich weiß er ist jetzt in den wäldern vor berlin und da dreht sich alles um die gesundheit da dreht sich alles um den sport sag mal das ist unsere gemeinsame premiere aber du bist ja mega sportlich das wusste ich gar nicht grüß dich ja hallo stefanie ja so sportlich jan wollte dass ich unbedingt mal so ein easy motion skin anzug an probiere und das habe ich natürlich auch gemacht wir sind in den wäldern von berlin und sonnenklar tv urlaub und sport gehört natürlich zusammen und wie kann ich sport auch zuhause effektiv nutzen und vielleicht auch die trainingsmethode mit in den urlaub nehmen das hat benjamin de volk von easy motion skin entwickelt er ist entwickler und vertrieb und ich habe es mal ausprobiert diesen drahtlosen anzug vom ems system und ich muss wirklich sagen ich habe schon ems system ausprobiert und was mich immer gestört hat ist dieses nasse dieses nasse was man anmachen muss damit die signale funktionieren warum ist das bei diesem anzug nicht so das ist eben das genial und das ist auch diese weltneuheit die wir haben wir haben jetzt elektroden die trocken sind das heißt man braucht jetzt kein wasser mehr sondern man trainiert egal wo man möchte jetzt man muss sich nicht mehr einsprühen also dieses nasse kalte gefühl ist einfach weg und das tolle an ems wir trainieren jetzt über 90 prozent der muskulatur gleichzeitig und das nicht in der ecke im studio sondern überall wo man jetzt will also ich kann meinen anzug das ist mein persönlicher anzug den kann ich mitnehmen egal wo ich will trainieren auf dem golfplatz auf dem schiff im büro genau so ist es ja ins handgepäck rein du hast ein kleines akku das hält 30 trainings ohne aufladung du wäschst den anzug in der waschmaschine also ist ganz pflegeleicht aber du trainierst auf dem wirklichen top level und wer kann damit trainieren also gibt es irgendwelche medizinische indikationen wo man sagen muss nein da sollte ich lieber nicht den easy motion skin benutzen also wichtig ist es gibt natürlich kontraindikationen wir beraten aber immer also jeder der ein gerät kauft der kriegt eine persönliche beratung vor ort dass ja das ist der 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 große vorteil den wir die motion skin haben und es kann in der tat jeder damit trainieren also gerade wenn du problem hast zum beispiel im rückenbereich haben wir eine wirkliche lösung geschaffen du kannst mit zweimal die woche 20 minuten wirklich auch diese probleme lösen und auf easy motion berlin finde ich weitere informationen und kann ich auch informationen anfordern genau darf einfach eintragen wir melden uns dann wir rufen zurück da gibt es eine beratung ohne probleme machen wir das heißt ich erwerbe ein anzug für mich zu hause privat und sie vorbei schon trainiert haben sind wir bei du es gibt über 30 fitnessprogramme schon auf dem pad und ihr führt genau durch bis ich wirklich effektiv trainieren kann genauso ist das zeigen wir euch also du trainierst einerseits deine muskulatur du trainierst aber auch deine ausdauer wir haben ein stoffwechselprogramm wir haben also über 33 medizinisch entwickelte programme das ist entscheidend vor allem die medizinischen studien beweisen auch die wirksamkeit von ems also wir bieten da ein riesiges tool an für die jetzt hast du mir gesagt weil ich bin ja sportlich ich muss sagen ich bin sehr sehr faul und zweimal die woche 20 minuten mit dem anzug reicht um effektives training zu machen also studien belegen nach sechs wochen regelmäßigen training zweimal 20 minuten steigerst du deine muskelkraft in deinem falle würde ich mal sagen um die 30 prozent und das haben wir nachgewiesen auch deine ausdauer steigt um 30 prozent du trainierst 18 fach effektiver als im konventionellen training also da wirst du auch schmerzen sehr schnell los deine gelenke werden entlastet du trainierst gelenkschonend diese ganze technologie beruht auf bluetooth und wie oft muss ich so ein anzug aufladen also muss ich ihn nach jedem training nach 20 minuten muss ich ihn wieder an die steckdose machen oder kann ich ihn wirklich im koffer lassen wenn ich spontan jetzt in sonnenklar tv-urlaub buche auf dem golfplatz und habe ihn bei mir dabei du hast immer dabei das akku hält 30 trainings ohne aufladung den anzug in die waschmaschine waschen also ist wirklich pflegeleicht und du trainierst eben jetzt immer wenn du möchtest nachhaltig regelmäßig denn nur dann bist du wirklich gesund easy motion punkt berlin liebe zuschauer da finden sie alle informationen drauf ralf möller trainiert schon mit dem anzug silvi mais und viele prominenten nutzen den easy motion skin und zur nächsten schaltung um 17 uhr trainiere ich weiterhin und ich hoffe ich sehe dann auch wie ralf möller aus jan du bist schuld dass ich jetzt sport mache zurück nach münchen